Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video oder eher gesagt auch in der heutigen Runde oder in der jetzigen Runde werde ich Level 100 erreichen. Vielleicht schaffe ich das noch, bevor ich hier am Sturm sterben werde. Also ich sehe schon gar keinen Platz mehr, aber okay, hier haben wir noch eine Truhe schnell. Die können wir öffnen und dann sind wir auch Level 100, sehr schön. Dann haben wir auch schon Level 100 erreicht, auf jeden Fall sehr schön, dann können wir mal kurz die Runde verlassen. Und da haben wir es auch, der erste Level 100 Banner. Wenn ihr alle sehen wollt, schaut mein Video vom Brasilianischen Karneval an. So, hier haben wir erstmal Midas, Goldmessertasche und die goldene Version von ihm. Ich würde sagen, das Ganze tun wir einmal ausrüsten. Genauso wie das. Wir können eigentlich bei die Goldvariante, obwohl, ach so, okay, die ist anscheinend schon ausgerüstet gleich. So, hier haben wir das Ganze auch. In der Goldvariante, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, soll ab Level 140 oder irgend so um den Dreh nun es sein, dass er sich dann vergoldet. Wir haben jetzt schon die goldene Hand und dort haben wir einen goldenen Arm. Soweit ich mitbekommen habe, ab Level 140 soll sich das Ganze vergolden. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall bis Level 300 durchziehen. Ich hole diese goldene Banane. Ich mache euch dazu auch ein Video, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Abonnieren, Glocke aktivieren, gerne auch ein Like droppen. Und dann sehen wir uns übermorgen 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.